Pamela Reif, ist sie wirklich so perfekt, wie sie behauptet? Ist sie so perfekt, dass sie in China so toll ankommt, weil es ihr schönes Ideal dort nicht gibt? Ihr habt eh wahrscheinlich den ein oder anderen Shitzahn mit ihr mitbekommen, aber wir analysieren heute Pamela Reif und schauen uns ein bisschen an, was sie denn so von sich her zeigt oder nicht her zeigt. Pamela Reif ist ein Fitnessmodel, wer sie nicht kennt, der bekennt sie eh glaube ich alle aus Deutschland, die sich immer extrem perfekt zeigt und gerade auch in Corona-Zeiten die Möglichkeit hatte, diesen Fitnesstrend, der dann eben sehr stark von zu Hause stattgefunden hat, ein bisschen abzubilden. Und sie ist extrem erfolgreich, sie hat fast 10 Millionen Abonnenten oder vielleicht hat sie während wir das Video machen schon 10 Millionen Abonnenten mit ihren Videos und das, was man ihr damit sicherlich nicht absprechen kann, ist, dass sie extrem fleißig ist, hat auch ein großes Unternehmen aufgebaut, das auch ein bisschen in einen Shitstorm gekommen ist, weil der eine oder andere Fitnessriegel von ihr vielleicht gar nicht so gesund ist, wie sie selber behauptet. Und man muss schon immer kritisch hinterfragen, was man auch, wenn man so in allen Medien heutzutage sieht, ob das, was sie von sich gibt, genau das auch ist, wie sie wirklich ist und ob sie ihr Zeug selber ist, das kannst du ja in den Kommentaren hinterlassen, ich glaube es nicht unbedingt. Es ist unserem Team, das sage ich jetzt gleich am Vornherein, so nahezu nicht gelungen, ein Foto zu finden, wo sie nicht quasi komplett hergerichtet, mit Schminkehaare bis ins letzte Detail irgendwie aufgedrödelt. Also man sieht sie nur in diesem Zustand eigentlich. Wir haben dann im Reality-Check am Ende schon noch ein anderes Foto gefunden, das ein bisschen in die Richtung geht. Aber das, was einem sehr schnell auffällt, finde ich, wenn man sie anschaut, hat sie das, was wir heute zu Tage in vielen Werbungen sehen, ich habe auch auf Instagram vor kurzem ein Video dazu gemacht, von einer Baustellenwerbung in den Typ mit einem komplett fotogeschoppten Klappengesicht. Sie hat dieses typische fotogeschoppte, glatte Gesicht. Ein Gesicht ohne Muttermale, nicht so wie meins, sondern ein Gesicht, das ohne Muttermale, ohne Unregelmäßigkeiten, ohne Sonnenschäden, komplett ebenmäßigen Töne hat, das ist so ein bisschen ein schönes Ideal, gegen das wir uns auch nicht wehren können. Ich sage auch immer, ein Auto mit Beulen ist nicht so schön wie ein Auto, oder dessen Lack quasi ganz glänzend und fein verarbeitet ist. Das heißt, wir Menschen reagieren sehr stark auf Oberflächen, auch wenn wir zum Beispiel Hautunreinheiten haben. Das heißt, wenn jemand quasi Rosazea hat oder aus irgendeinem Grund Aken hat, die er auch hormonell quasi nicht im Griff bekommt, dann ist das für uns in der Kommunikation ein bisschen negativer, auch wenn das sehr extrem oberflächlich ist. Aber wir haben in unserer menschlichen Psyche, haben wir das, dass wir ebenmäßige Oberflächen eigentlich bevorzugen. Und da hat sie natürlich, in diesem Trend ist sie relativ stark drinnen und ist natürlich auch so geschminkt. Und das wissen wir schon, glaube ich, aus den vielen Videos, die wir schon gemacht haben auf dem Kanal. Die Schminke extrem viel ausmacht, dass dieser ebenmäßige Töne entsteht. Wenn wir uns das Bild von ihr ein bisschen genauer betrachten, dann ist die Frage, was uns eigentlich in der Veränderung dieser sechs Jahre aufgefallen ist. Wir starten wieder mal im oberen Drittel bis zu den Augenbrauen. Sehe ich eigentlich relativ wenig, außer dass die Augenbrauenverfärbung ein bisschen stärker geworden ist. Die aufgeklebten Wimpern vielleicht noch größer. Aber an ihrer Augenform und dergleichen ist eigentlich nichts gemacht. Ich weiß nicht, wie mir auffällt, da könnte man schon darüber diskutieren, ob nicht am Näschen geschraubt wurde. Man muss aufpassen, dass verschiedene Winkel natürlich auch dazu führen, dass die Nase anders aufgenommen wird. Aber wenn ich mir anschaue, die Breite der Nasenflügel, dann ist unser gutes Parmählchen vielleicht ein bisschen in den Chirurgentopf gefallen und es wurde vielleicht an der Nase etwas verändert. Das ist übrigens eine Sache, die man wirklich machen kann. Man kann die Nasenflügel ein bisschen näher zusammenbringen. Man löst sie ab und bringt sie näher zusammen. Übrigens, ich operiere generell keine Nasen, falls irgendjemand jetzt noch fragt oder in den Kommentaren hinterlässt. Ich habe ein paar Nasen operiert vor langer, langer Zeit, aber habe mich dann entschieden, dieses Feld zu verlassen und nicht weiter zu verfolgen. Sollte man sich auch nur damit beschäftigen. Aber ich glaube, eine Nase könnte schon sein, dass ein bisschen was geschnitzt ist. Wie gesagt, kann sehr viel Schminke sein. Auch aber hier die Breite der Nase vom Nasenbein im knöchelnden Bereich könnte in meinen Augen auch sein, dass hier vielleicht etwas gemacht wurde. Was in meinen Augen definitiv passiert ist, dass sie in den Wangen ein bisschen mehr Volumen bekommen hat. Und das nicht zu ihrem Vorteil. Wenn wir lachen, ich mache mich dazu ganz kurz größer, kommt dazu noch ein Video zum, dann passiert Folgendes, dass wir über die Muskulatur und über diese transversale Septum, das heißt auf Englisch transversal facial septum, das hat Sebastian Kotofaner wieder schön in seiner Arbeit beschrieben, über diese Septum bringen wir das Gewebe weiter nach oben und wir kommen backern automatisch. Das heißt, wenn ich lache, kriege ich automatisch Backerl und verschiebe das Fettgewebe nach oben. Und jetzt muss man aufpassen, dass man einen Patienten in der Analyse nicht nur in Ruhe anschaut, sondern auch lachen lässt. Das heißt, in der Analyse, wenn ich Patienten in der Ordination habe, müssen die auch quasi ein bisschen Mimik machen, dass wir uns anschauen, was denn passiert, wenn sie lacht oder die Mundwinkel nach unten zieht. Und ich finde, dass das Lachen in diesen beiden Bildern von meinem Team extrem geil ausgesucht wurde, das ist relativ ähnlich, aber die Backen von ihr deutlich mehr geworden sind. Und das lässt darauf schließen, dass hier ein bisschen unterspritzt wurde. Und da ist eigentlich schon in meinen Augen der kleine Fehler, weil sie hat vorher schon eine super schöne Backen gehabt. Für diejenigen, die auch unterspritzen, die Ärzte da draußen, gibt es eine ganz wichtige Grenzlinie, und zwar vom orbitalen Thickening, also von der seitlichen Augenkante nach unter bis zum Mundwinkel, bis zu diesem Ligamentum super manipulare, was ganz wichtig ist für die Jollern-Unterspritzung. Wenn ich diese gedachte Linie so nach unten ziehe, dann habe ich alles, was ich dahinter spritze, also wenn ich dort Volumen abgebe, habe ich eh einen Lifting-Effekt. Alles, was ich davor spritze, man sagt auch im Englischen medial davon spritze, kommt zu einer Projektion. Und die Projektion will ich vor allem bei Männern eigentlich nicht haben und bei Frauen oft nicht zusätzlich erzeugen und sie machen mir keinen Lifting-Effekt. Das sind diese Backen, wenn die immer weiter unterspritzen werden, wenn die Augen ganz klein. Und das ist eben bei ihr passiert. Anderes Bild von 2017 bis 2022. Hier könnte man sagen, das Lächeln oder die Art des Lächelns ist hier auf dem 2022er-Bild deutlich stärker. Und deswegen sind diese beiden Bilder auch extrem spannend, weil nicht nur ein bisschen Volumen dazugekommen ist, sondern man auch sieht, wie das Lachen das Gewebe hier nach oben zieht oder nach oben bringt. Und das entsteht eben durch dieses transversale Septum, durch diese Bindegewebsstruktur, die das nach oben zieht. Und das ist das, was bei ihr sicherlich passiert ist. Und man sieht den Unterschied. Und ich finde, dass die 2017er-Variante, wenn man so sagen kann, noch ein bisschen natürlicher ausschaut. Man sieht übrigens in der 2017er-Variante auch, dass auch Pamela Reif nicht so perfekt ist, sondern auch durch viel Schminke doch die eine oder andere Sache an der Haut hat, die übrigens ganz normal ist, die jeder hat, die ich auch habe. Und der eine oder andere von euch da draußen wahrscheinlich auch. Also, Nase könnte was gemacht worden sein. In den Wangen ist mir ein bisschen zu viel Volumen drin. Die Lippen. Ja, wird so wahrscheinlich schon gewettert in den Kommentaren. Die Lippen auch. Die Lippen auch. Beziehungsweise kann man das eben sehr viel mit Schminke machen. Aber ich glaube auch, dass die Lippen unterspritzt werden, weil wir jetzt eine ganz extrem starke Herzchenform haben, die vorher relativ gering ausgeprägt war. Also, da ist sicherlich auch etwas gefuchst worden. Und wenn wir dann noch weitergehen, ich gehe mal zum Bild zurück, ist auch sehr wahrscheinlich, dass Kinn-Jawline gehört ja heute sozusagen zum Standard dazu. Ich finde, dass man es nicht immer machen muss. Aber die Nachfrage ist leider gerade sehr groß. ist bei ihr wahrscheinlich auch ein bisschen gefuchst. Also, im Prinzip schaut sie gut aus, sage ich mal. Sie erscheint mir in ihren ganzen Auftritten zu unnatürlich, zu perfekt, zu, ja, too much irgendwie. Ich finde, dass wir alle irgendwie Schwächen haben. Meine ist vielleicht, dass ich bei dem einen oder anderen Video auch zu schnell spreche. Aber sie versucht, ein ganz perfektes Bild abzugeben, das man, glaube ich, nicht haben muss. Das ist auch oft ein Ideal, dem wir dann nachstreben, das wir beim Endeffekt nie erreichen. Und das kann auch einen Selbstzweifel erzeugen. Und ich glaube, wenn sie sich ein bisschen natürlicher und realer geben würde, wäre sie genauso erfolgreich. Und wenn sie sich vielleicht mit dem einen oder anderen Thema ein bisschen zurückhalten würde, dann hätte sie vielleicht weniger Sheetstorms. Zum Abschluss noch der Versuch von uns über Reality-Check-Fotos, ich blende mich nur ganz kurz aus, über Reality-Check-Fotos zu sehen, ob sie wirklich anders ausschaut. Das eine pixelt ein bisschen. Ist sie hier natürlich genauso geschminkt, wie vorher, aber unser Team hat versucht, ein bisschen ein realeres zu finden. Das dürfte in einem Set gewesen sein. Und hier habe ich vielleicht eine bisschen ungeschminktere Variante, die mir aber ganz klar zeigt, dass bei den Lippen was gemacht wurde. Und ihre doch anscheinend vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Schminke da drauf ist, recht perfekte Haut zeigt oder auch nicht zeigt. Zusammenfassend, eine super hübsche Frau, erfolgreich, gratuliere, hat es ganz toll gemacht. Für mich ein bisschen zu fakey, zu künstlich, zu wenig real, auch wenn man das ein oder andere Video von ihr anschaut, versucht sie eine Rolle zu spielen. Und ich glaube, das muss sie nicht, weil sie eigentlich auch als Mensch und mit dem, was sie erreicht hat und mit dem, was sie ist, eigentlich genügend hat und deswegen keine Rolle spielen muss. Und ich glaube, dass diese Perfektion, die uns die ganze Zeit vorgesetzt wird und die uns die Algorithmen dann die ganze Zeit vorsetzen, ein gefährlicher Cocktail ist, der sehr leicht dann zu Selbstzweifeln führt. Und deswegen bin ich nicht so ein Riesenfan. Falls du noch nichts gemacht hast, freue ich mich, wenn du dem Kanal folgst, weil wir viele solche Videos haben und auch viele andere Videos zum Unterspritzen und Co. Und ich freue mich, wenn wir uns bei einem der nächsten Videos wieder sehen. Nicht vergessen, Kommentar hinterlassen. Ciao und Baba. Vielen Dank.